Hallo in der Véblanche Weekend. Oscar-Preisträger und Regisseur Stefan Rusowiczki hat einen neuen Film. Diesmal ist es ein Kinderfilm, die Hexe Lilly, den er gemeinsam mit Comedian Michael Mittermeier gemacht hat. Und diese beiden Herrschaften waren auch mit dabei bei der großen Österreich-Premiere hier in Wien. Lange schmunzelte die Wiener Modewelt darüber, und zwar über das Vorhaben, dass Designer Lahong eine neue Kollektion für einen Discounter entwirft. Was dabei herausgekommen ist und wie diese neue Kollektion aussieht, wurde jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Ja, und ich habe noch einen Tipp für Sie. Am Sonntag um 21.40 Uhr gibt es auf puls4.com Event TV die Highlights der angesagtesten und verrücktesten Winter-Events des Jahres. Neues von den Stars und Sternchen gibt es ab Montag wieder in der Véblanche auf Puls4 um 19.10 Uhr. Und ich wünsche jetzt noch gute Unterhaltung mit den Simpsons hier auf ProSIM Austria. Und ich wünsche jetzt noch gute Unterhaltung mit den Simpsons hier auf Puls4 um 19.10 Uhr. Und ich wünsche jetzt noch gute Unterhaltung。 Untertitelung des ZDF, 2020